Fast die Hälfte der gesamten Energie wird in der Schweiz in Gebäuden verbraucht. Warmwasser und Heizung machen dabei den grössten Teil aus. Oft sind Gebäude jedoch energetisch nicht optimiert und verbrauchen daher unnötig viel Strom, Erdöl oder Erdgas. Mit energieeffizienten Eingriffen und intelligenter Wärmenutzung lässt sich der Energieverbrauch jedoch optimieren. Damit kann man viel Geld sparen und gleichzeitig auch den CO2-Ausstoss reduzieren. Zum Glück können Gebäude ihren Energiebedarf immer einfacher, teilweise oder sogar ganz selber decken. Das funktioniert so. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert Energie und wird intelligent mit der Heizung oder der Warmwasseraufbereitung verbunden. Anstatt über Nacht schalten sich Heizung und Warmwasseraufbereitung an, sobald die Energieproduktion ausreicht. Verschwendet wird dabei nichts. Was nicht gebraucht wird, lässt sich einfach in einer Batterie speichern. So lässt sich am Abend, wenn die Sonne nicht mehr scheint, auch noch kochen, beleuchten und fernsehen. Doch auch ihre Nachbarn können profitieren, denn was nicht sofort verbraucht oder gespeichert wird, wird ins Netz eingespeist. Das Gebäude wird also zum Kraftwerk, das Energie nicht nur produziert, sondern auch intelligent steuert, konsumiert, speichert und weitergibt. Das moderne Gebäude wird damit ein integraler Bestandteil des Energieversorgungssystems der Schweiz. Weil uns das Energieversorgungssystem der Zukunft am Herzen liegt und in diesem Bereich das Potenzial enorm ist, bieten wir mit einem schweizweiten Netzwerk an Spezialisten Dienstleistungen fürs Gebäude an. Wir bieten sämtliche Projektschritte in der Gebäudetechnik aus einer Hand an, damit der Kunde genau das erhält, was er braucht. Von der Planung über die Beratung und Umsetzung bis hin zur Wartung und Instandhaltung. So gestalten wir sie. Die Zukunft der Energie. Einfach, sicher und vernetzt.